Auch die Hauptstadt Neu-Delhi stöhnt unter fast 40 Grad und unter dickem Smoke. Allein allgemein bekannt ist die triste Luftsituation eigentlich in Peking. Und anderen Großstädten Chinas weniger bekannt ist, dass es in Delhi noch viel schlimmer ist. Und anders als in China setzt sich die Regierung in Indien ungebremst für den Vorrang des Wirtschaftswachstums ein. Berichtet aus Neu-Delhi, Raimund Löw. Indiagate, das bekannteste Wahrzeichen von Neu-Delhi, umgeben von Sandstürmen und Smog. Vor allem hausgemachte Schadstoffe haben die indische Hauptstadt ganz nach oben katapultiert bei den schlechten Luftwerten. Die Luftqualität wird schlechter, nicht nur in Neu-Delhi, sondern in vielen Städten. Immer mehr ungesunde Partikel kommen in die Luft. Wenn eine Gesellschaft reicher wird, ist das normal. Eine Besonderheit Indiens sind die Millionen Obdachlosen, die sich auf freien Feuerstellen ihre Mahlzeit bereiten. Tausende Ziegelbrennereien stoßen ungefiltert ihre Abfälle in die Luft. Für die Regierung steht das Wirtschaftswachstum im Zentrum, um Anschluss zu finden an die aufstrebenden Regionen Asiens. Die Regierung steht unter großem Druck der Öffentlichkeit etwas zu tun. Aber gleichzeitig werben sie um ausländische Investoren und die wollen keine strengen Umweltregeln. Während im fernen China Umweltschutz immer stärker ins Zentrum rückt, will die Regierung in Indien alles unterlassen, was die Fabriksproduktion bremsen könnte. Neu-Delhi gilt eigentlich als grüne Stadt, hat aber an vielen Tagen die schlechtesten Smog-Werte in Asien. Die Regierung drängt auf rasches Wachstum der Wirtschaft. Sie nimmt die schlechte Luft in Kauf, obwohl die Umweltschäden in Indien längst die Grenze des Erträglichen überschreiten. Noch schlimmer als in der Luft ist die Umweltzerstörung bei Indiens Flüssen. Die Kläranlagen der Hauptstadt sind defekt. Nahezu ungebremst fließen die Abwässer in den Yamuna-Fluss. Der Fluss ist heilig, ermündet in den Ganges. Direkt am Ufer die traditionelle Feuerbestattung der Toten. Der Fluss bringt die Asche zum Ganges. Ja, man kann schlimme Krankheiten bekommen von dem Wasser, das weiß ich. Die Angst ist da, aber hier baden, das ist meine religiöse Pflicht, das ist mir das Wichtigste. Wenn die sengende Hitze von über 40 Grad zurückgeht, kommen die Familien zum Abendbummel ins Stadtzentrum von Neu-Delhi. Die Umweltverschmutzung ist schlimm, aber die Kinder müssen einfach heraus. Das Atmen ist oft schwer und Asthma nimmt zu. Der Meinungsstreit um die richtige Balance zwischen gesunder Umwelt und wirtschaftlichem Aufstieg hat endgültig ganz Asien erfasst. Das Atmen ist oft wie eine Quelle, dieFire Interesse situation mit der Geburt mitgegıldacht verbunden sind.